Guten Morgen aus Berlin, es ist Sonntag mal wieder, der 15. Mai 2016 um 11.35 Uhr, ich bin seit 10 Uhr wach, bin auch noch ziemlich müde, ich hätte eigentlich noch ein bisschen länger schlafen können. Naja, nun bin ich halt wach und morgen ist ein freier Tag, morgen ist Pfingstmontag, das heißt, heute ist nicht ganz Sonntag, also eigentlich schon, aber wir haben morgen noch einen freien Tag, das heißt, yeah. Ich werde mich gleich in die Küche stellen und ein bisschen kochen, das Essen vorbereiten für morgen, für den Spielenachmittag hier, dann ein paar Pancakes backen und dann mein Mittagessen zubereiten. Mal gucken, ob ich mit zwei Stunden auskomme oder ob ich länger brauche, wir werden es sehen. Wie gesagt, ab 12 Uhr, also in knapp 25 Minuten von jetzt an, die Aufnahme, wenn man es später guckt, natürlich dann nicht mehr, aber in knapp 25 Minuten werde ich dann mal anfangen, die Küche unordentlich zu machen. Also gestern war ich einkaufen und es ging eigentlich, ich hatte ja erwartet, dass die Leute wie die Idioten die Supermärkte verstopfen, weil ja Montag Feiertag ist und keiner was kaufen kann, aber zu der Uhrzeit, wo ich war, ging es eigentlich noch. Wahrscheinlich auf dem Nachmittag war es dann immer schlimmer. Und ansonsten, was habe ich gestern noch gemacht? Ich habe, glaube ich, nur gezockt. Ich hatte noch die Option, zum Grillen zu fahren, zu Julia raus, aber irgendwie war ich dann doch zu faul und der Fleischer auf dem Markt war auch fast leer gekauft. Der Biofleischer oder der Fleischer mit artgerechten Tierfleisch, also das ist jetzt von Julia eine Auflage, dass da nur noch wirklich artgerechtes Fleisch auf ihren Grill kommt. Das finde ich auch ganz gut, macht es aber ein bisschen schwieriger in der Beschaffung, denn ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch mehr Fleischer als die Neulandfleischer in Berlin, aber die sind halt spärlich gesät. Ja, und so habe ich also den gestrigen Abend zu Hause verbracht, habe viel Uncharted gespielt, habe noch ein bisschen Serien geguckt und bin, glaube ich, irgendwann um eins ins Bett, habe noch angefangen, einen Comic zu lesen. Und ja, heute ist ein neuer Tag und jetzt wird erstmal gekocht, dann am Nachmittag ein bisschen gespielt und ein bisschen Arbeit wird sich wahrscheinlich hier und da auch dazwischen drängeln. Wir gucken einfach mal und das ist eigentlich mein Sonntag, bis in den Abend hinein zocken, Serien gucken, vielleicht meldet sich ja auch Germain, wobei der muss sich, glaube ich, noch erholen von seinem Schlafdefizit der letzten Tage. Und ja, ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag, habt einen schönen Pfingstsonntag, das Unwetter oder das schlechte Wetter ist auf dem Weg, bei Andreas sind wohl schon Hagelkörner eingeschlagen, hier sieht es noch grau und grau und windig aus, aber die nächste Woche wird wohl ziemlich regnerisch und ja, der Sommer muss noch ein bisschen warten. Also, dann habt einen schönen Sonntag, lasst es euch trotzdem gut gehen und ich melde mich morgen Vormittag wieder bei euch. Also bis dann, ciao.